Königliche Experten haben angedeutet, dass Meghan Markle in die Fußstapfen von Prinz Harry treten könnte, indem sie ihre Mimwaren schreibt. Meghan Markle soll in einer neuen Mimwaren-Version ihre Wahrheit darüber teilen wollen, ein Mitglied der königlichen Familie zu sein, aber eine Sache veranlasst sie, mit der Veröffentlichung in naher Zukunft zurückzuhalten. Insidern zufolge wartet die Herzogin von Sussex auf den perfekten Moment, um eine aufschlussreiche Mimwaren-Version zu veröffentlichen, die Millionen einbringen könnte. Prinz Harrys Spare, das im Januar 2023 veröffentlicht wurde, soll ihm 20 Millionen Pfund eingebracht haben, darunter einen kräftigen Vorschuss von rund 14 Millionen Pfund. Ein weiteres Enthüllungsbuch könnte der königlichen Familie zwar Ärger einbringen, aber es scheint eine unvermeidliche Hürde zu sein, die sie eher früher als später bewältigen müssen, so Quellen, die mit Klose online sprachen. Viele Experten des Königshauses glauben, dass Meghan ähnlich wie ihr Ehemann ebenfalls ein Enthüllungsbuch veröffentlichen möchte. Eine Quelle sagte der Verkaufsstelle, in Verlagskreisen heißt es, dass alle verrückt danach sind, Meghans Meme-Waren zu bekommen, und die Zahlen, die im Umlauf sind, sind lächerlich hoch. Wir sprechen von zig Millionen für ihre autorisierte Biografie, es wird zu dem Punkt kommen, an dem sie nicht mehr Nein sagen kann. Und ob man sie nun liebt oder hasst, es lässt sich nicht leugnen, dass sie einen Einblick in die Royals hat, den niemand sonst geben kann. Der Insider behauptete, dass Meghan eine bemerkenswerte Geschichte habe und es nur eine Frage des richtigen Zeitpunkts sei. Prinz Harry und Prinz William sprechen nicht mehr miteinander, nachdem der Herzog von Sussex in seinen eigenen Aufsehen erregenden Meme-Waren spare mehrere Behauptungen gegen seinen älteren Bruder aufgestellt hat. Doch die Hoffnung auf eine Versöhnung zwischen den Geschwistern sowie zwischen den Sussexes und der königlichen Familie bleibt bestehen, wobei der Insider vermutet, dass dies der Grund sein könnte, warum Meghan die Veröffentlichung ihres eigenen Buches verzögern könnte. Sie fügten hinzu, sie hat sich strategisch entschieden, um des Friedenswillen abzuwarten, aber sie möchte unbedingt ihre Wahrheit teilen, und warum sollte sie das nicht, wenn sie so viel ertragen hat? Meghan und Harry haben in mehreren brisanten Interviews über ihre Zeit als hochrangige Mitglieder der Firma gesprochen. Die Herzogin sagte zuvor über ihre Zeit in Großbritannien als Teil der königlichen Familie, »Ich schämte mich damals, es zu sagen. Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein.« Und das war ein sehr realer und klarer und beängstigender und ständiger Gedanke.